Ich habe nicht gedacht, dass du es fertig schaffst. Ich habe die Hälfte gemacht. Und Tretti auch. Tretti denke ich nicht. Möge ich das Date oder so? Nein, das ist für das Klassenfoto. Und das hast du auch. Du hast ja schon etwas von Benni gehört. Töbe! Ich will abschliessen. Was ist das? Ich kann natürlich auch zum Herrn. Ah, bitte. Du meinst, du bist ja vermisst. Ich war ein bisschen Beizob. Meine Schwester hat geheiratet. Aber das habe ich auch schon... Es war noch schön, aber etwas kurz. Also wie ihr das Kleid? Nein, ich war ja nur ein Tag da. Es hat die Kasse fast nicht gegeben. Jochi, sofort ins Büro. Sofort ins Büro. Konzentrieren und mir nachreden. Du hast Frank von Landen. Hallo Jochen. Es gibt eine Änderung im Stundenplan. Du hast die ganze Woche frei. Aber freundlich, bitte. Da ist Frank von Landen. Hallo Jochen. Es hat eine Änderung im Stundenplan. Du hast frei. Und? Das ist Frank von Lanten. Hallo, Jochen. Es hat andere im Stundenplan. Das ist nächste Woche frei. Das ist Jochen. Hoi, von Lanten. Stopp. Na mal. Du, Frank, das springt doch nicht. Weisst du? Ja, Entschuldigung, Frank, aber es hat einfach genau gleich klingt wie hier. Gut. Jetzt machen wir es nochmal. Und dann will ich entschuldigen. Ist das klar? Aber das Wesentliche habe ich noch nicht gehört. Hm? Äh, sorry. Wie bitte? Ich habe nichts gehört. Mag dem Fight von gestern. Hey, geht's auch auf Deutsch? Okay, es tut mir leid, was ich gesagt habe zu Ihnen. Ich möchte wieder in die Schule zurück. Aber... Entschuldigung akzeptiert. Ja, genau. Ja, genau. Also es gibt noch eine Bedingung. Nicht schwänzen und nicht frech sein zu den Lehrern. Ja? Voll easy. Und wenn noch irgendetwas passiert, aber irgendetwas, gibt es kein Pardon mehr. Ist das klar? Aber ich habe ja nichts gemacht. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Voreinander? Mhm. Ja. Ja. Oh, Internetrecherche. Voll Misty. Ja, das ist schön, Marco. Ja. Also, ihr könnt jetzt anfangen, aber Achtung, ihr habt nicht wirklich viel Zeit. Du, Benni. Das gilt doch für dich, gell? Und übrigens, schön, dass du wieder bei uns bist. Scheisse, Mann. Nein, ein totaler Absturz. Ey. Schwarze Maschine. Was geht da, Mann? Ey, das ist mir noch nie passiert. Nicht schon wieder? Ey. Ganz ehrlich, bist du los gewesen? Nein, Achtung nicht. Ich habe keine Ahnung von PCs und das wisst ihr. Ja okay, das stimmt im Fall schon. Hör, Benny, es tut mir leid, aber ich muss einfach absolut nichts verleiden. Ich habe Meldepflicht. Hey, hallo? Wir haben keinen einzigen Beweis. Es könnte ja wirklich jeder von uns gewesen sein. Hör, ich habe jetzt einfach wirklich keine Zeit mehr. Ich muss noch ein Glas für die Juniors machen. Schaffet ihr einfach im Heft weiter, bis es ruft. Und wegen diesen Computern hier schaue ich noch. Hey Lukas, mach dich etwas lockerer. Sagt dein Mann mit Käfer heute. Hey, Jojo, Mann! Gut, der nächste bitte. Willst du den gleichen Hintergrund? Nein, gerne einen anderen. Nimm doch den grünen, der, der jetzt ist, ist so lahm. Aber blau gefällt meinem Papa besser. Lukas, hol schon schnell. Er hat es euch zwei gemeint. Es ist auch zu viel Fantasie, eh, Luqui. Psst, halt jetzt. Sie haben da, Mann. Ja. Der Flip und der Döbe. Hey! Was ist da, los, Jungs? Nichts, nichts. Komm, wir holen einen Lumpen. Seid jetzt etwas ruhig. Ah ja, und nachher könnt ihr dann noch meine Tasche holen. Ich habe sie im Turnen vergessen. Hast du es selber geholt? Punkt. Gut. Äh, sie, Herr Dammann. Ähm, also ich... Also ich... Ich bin schon unterwegs. Ja. Gut, also, Irmak. Hey, mach dich etwas lockerer. Baba, jetzt hast du keine Freude. Juh! Guckuck! Gut. Super. Herr Dammann. Kann ich durch? Nein, 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 nein! Sicht ruhig! Hören, hopp! Lukas, jetzt hopp noch Arsch! Nein, hör ich! Hey, jetzt lasst euch alle zu! Du, ich will jetzt ein Foto machen! Hau in vorne, schau zu mir! Oh, und leckle! Hören, die Leute! So können wir nicht... Ah, Avalanche! Hock jetzt auf dein Stuhl! Hör ich vorne, da kommen wir zu. Benny! Nein, jetzt geh ein bisschen... Hör doch jetzt einfach! Ich kann so! Hey! Gut. Also, herren! Hey, Benny! Wo gehst du herren? Kommst du auch mal aufs Klassenfoto? Hör! Nee! Ich hab das vorhin gesagt, du sollst abholen, Kavalos! Nee! Echt! Jetzt hör auf! Benny! Komm jetzt hier rüber! Hey, aber... Hey, Benny! Mann! Warte mal! Ich bin wirklich auf der inneren Seite! Okay. Wir sind alle auf der inneren Seite, oder? Was sind denn das? Das ist doch er gewesen. Scheisse. Hey, sind wir jetzt endlich alle? Nein, die Avalanche fehlt. Das ist mir jetzt einfach extrem wosch. Jetzt ist Ruhe. Okay? Lachen, vorne schauen. Schade, ich habe jetzt extra neue Hose gekämpft. Und? Hören schauen. Tschüss. Lachen.